Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige hier, warum die Spannung zwischen den Außenleitern in einem Drehstromsystem 400 Volt beträgt. Dieser Wert von 400 Volt ist insofern erstaunlich, als dass bei der Erzeugung der Spannung drei sinusförmige Wechselspannungen a 230 Volt erzeugt werden. Und trotzdem besteht zwischen den Außenleitern eine Spannung von 400 Volt. Warum sind es nicht 460 Volt oder 230 Volt oder gar 0 Volt? Genau darauf werde ich hier näher eingehen. Zunächst schaue ich mir noch mal die einzelnen Spannungen in diesem System an. In dieser Spule wird die Spannung U1 erzeugt. Sie wird auf der einen Seite als Außenleiter L1 in die Anlage geführt, auf der anderen Seite wird sie über den sogenannten Sternpunkt und die vierte Leitung in die Anlage geführt, die in diesem Fall als N als Neutralleiter bezeichnet wird. Das bedeutet aber doch auch, dass ich genau diese 230 Volt zwischen dieser Stelle und dieser Stelle messen kann. Das sind genau diese 230 Volt, die ich hier wieder finde. Entsprechend gilt für U2. U2 wird als Außenleiter L2 in die Anlage geführt und ebenfalls über den Sternpunkt als Neutralleiter in die Anlage. Das bedeutet wiederum, dass ich hier 230 Volt messen kann. Für alle drei Spannungen U1, U2, U3 gilt, dass sie 230 Volt betragen und dass ich sie in der Anlage zwischen den Außenleitern und dem Neutralleiter jeweils messen kann. In diesem Bild zeige ich nun den sogenannten Maschenumlauf und werde ihn zunächst auf die Effektivwerte anwenden und dabei feststellen, dass das Ganze nicht funktioniert. Zunächst aber der Maschenumlauf. Ich beginne an einer beliebigen Stelle und muss genau an dieser Stelle wieder ankommen. Von hier aus gesehen zähle ich alle Spannungspfeile, die in meine Richtung führen, positiv. U1 wird also aufaddiert. Die Spannungspfeile, die mir entgegenkommen, zähle ich negativ, also minus U2 und minus U12 gleich 0, weil ich jetzt wieder an dieser Stelle angekommen bin. So entsteht nun diese Maschengleichung U1 minus U2 minus U12 gleich 0. Da ich U12 bestimmen will, muss ich diese Gleichung auf U12 umstellen und somit ergibt sich U12 gleich U1 minus U2. Setze ich hier nun die Effektivwerte ein, 230 Volt und 230 Volt, so ergibt sich daraus eine Spannung von 0 Volt. Und dieser Wert ist schlicht und einfach falsch, denn zwischen den Außenleitern besteht eine Spannung von 400 Volt. Der Maschenumlauf funktioniert also bei Effektivwerten nicht. Der Maschenumlauf mit Effektivwerten ist also falsch, denn die Effektivwerte sind zwar korrekte Werte, aber auf einen wesentlichen Aspekt reduzierte Ersatzwerte. Sie geben aber nicht den Wert der Spannung zu einem bestimmten Zeitpunkt an. Will ich aber den Maschenumlauf durchführen, so geht das natürlich nur mit Spannungen, die zum gleichen Zeitpunkt anstehen. Das wiederum bedeutet aber auch, dass ich, sofern ich die Spannung zu einem bestimmten Zeitpunkt nehme, der Maschenumlauf durchaus richtige Ergebnisse liefert. In dieser Gleichung spiegelt sich das nun wieder. Die Spannung U1 zu einem beliebigen Zeitpunkt minus der Spannung U2 zu dem gleichen Zeitpunkt ergibt die Spannung U12 wiederum zu diesem gleichen Zeitpunkt. Oder anders ausgedrückt, wenn ich hier die Spannung nach drei Millisekunden einsetze und hier die Spannung nach drei Millisekunden einsetze, ergibt sich der richtige Wert für U12 ebenfalls zum Zeitpunkt drei Millisekunden. Genau diesen Zusammenhang möchte ich in diesem Bild noch einmal plausibel darstellen. Wir sehen hier die Spannung U1 in ihrem zeitlichen Verlauf, eine sinusförmige Wechselspannung mit einem Effektivwert von 230 Volt. Es ist außerdem die Spannung U2 in ihrem sinusförmigen Verlauf eingetragen. Diese Spannung hat ebenfalls einen Effektivwert von 230 Volt und wie man in diesem Bild leicht erkennen kann, gibt es zwischen diesen beiden Spannungen eine sogenannte Phasenverschiebung. Das heißt, die Spannungen erreichen nicht zum gleichen Zeitpunkt ihre Maximalwerte bzw. die anderen entsprechenden Werte. Um nun auf U12 zu kommen, also der Spannung zwischen L1 und L2, muss ich nun Zeitpunkt für Zeitpunkt diese beiden Werte miteinander subtrahieren, also von U1 und U2 abziehen. Das habe ich exemplarisch hier an zwei Stellen angedeutet. Die Spannung U1 minus den Wert der Spannung U2, das ist dieser Wert, den ziehe ich ab, da dieser Wert negativ. Da dieser Wert negativ ist, ergibt sich daraus, dass ich diesen Wert hier aufaddieren muss. Denn wenn ich einen negativen Wert abziehe, wird er letztlich aufaddiert. So komme ich also, wenn ich von U1 U2 abziehe, an diese Stelle. Hier finde ich den Wert von U12. An dieser Stelle ist U1 0 Volt, davon ziehe ich die Spannung U2 ab. Das ist dieser Wert. Der zeigt nun also genau in die andere Richtung und ich komme an dieser Stelle heraus. Hier finde ich den Wert U12 zu diesem Zeitpunkt. Führe ich das nun Millisekunde für Millisekunde durch, so gelange ich zu dieser sinusförmigen Kurve mit einem Effektivwert von 400 Volt. Die Subtraktion der sinusförmigen Spannung führte zu richtigen Ergebnissen, wenn sie Zeitpunkt für Zeitpunkt einzeln durchgeführt wird. Entsprechend könnte ich natürlich auch die Werte addieren. Das bietet sich aber in diesem Fall nicht an. Letztlich liegt das daran, dass man tatsächlich die Phasenverschiebung zwischen diesen beiden Spannungen berücksichtigen muss. In der Elektrotechnik haben sich zwei Verfahren etabliert, um die Phasenverschiebung rechnerisch zu berücksichtigen. Das ist einmal die komplexe Rechnung, die erst in weiter fortgeschrittenen Ausbildungen behandelt wird. Und das sind die Zeigerdiagramme, die auch schon in der Berufsschule unterrichtet werden. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen anschaulich erklären, warum die Spannung zwischen den Außenleitern im Drehstromsystem eine sinusförmige Wechselspannung von 400 Volt ist. Ergänzend möchte hier noch erwähnen, dass diese drei Spannungen von 400 Volt, also U12, U23 und U31 wiederum um 120 Grad zueinander Phasen verschoben sind, genauso wie auch diese drei Spannungen zueinander um 120 Grad Phasen verschoben sind. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.